Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janik Brün und dieses Video ist der bereits 21. Teil und auch der letzte Teil dieses GameMaker Studio 2 Crashkurses. Jetzt erstmal keine Sorge, ich sag hier der letzte Teil extra von diesem Crashkurs, denn natürlich geht es mit den Tutorials auch über GameMaker noch weiter. Als nächstes machen wir dann einfach eine andere Serie, also in dieser Tutorial-Reihe haben wir jetzt die Grundlagen der GameMaker Language kennengelernt und wir machen dann einfach weiter mit einer neuen Tutorial-Serie und in der nächsten Tutorial-Serie geht es auch wieder um den GameMaker und zwar werden wir da das Gelernte aus diesem Crashkurs in die Praxis umsetzen und zusammen ein erstes eigenes kleines Spiel entwickeln. Es wird also ziemlich cool und ja, ich würde sagen, wir bringen jetzt noch dieses Video hier hinter uns und dann fangen wir nächstes Mal mit einem etwas spannenderen Tutorial an, in dem wir dann wirklich mal ein Spiel zusammen entwickeln. Das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Aber jetzt machen wir mal dieses Tutorial hier. Worum geht es? Heute geht es um das Thema Adressierung von Variablen. Und das klingt jetzt vielleicht auf dem ersten Mal, ja, auf dem ersten Anhieb klingt das vielleicht ein bisschen kompliziert, aber keine Sorge, das ist eigentlich ein ziemlich einfaches Thema. Was bedeutet Variablenadressierung? Das ist, wie der Name es auch schon sagt, ein Thema, das mit Variablen zu tun hat und im Grunde geht es dabei nur darum, dass man auf Variablen zugreift, also Variablen beschreibt oder Variablen liest von einem Objekt aus, die nicht in diesem Objekt drinnen sind, sondern in anderen Objekten drinnen sind. Mal ein kleines Beispiel. Wir haben einen Gegner, der hat eine bestimmte Anzahl an Schadenspunkten und wenn unser Spielerobjekt den berührt, dann muss unser Spielerobjekt ja wissen, wie viele Schadenspunkte hat dieser Gegner. Das heißt, man muss diese Schadenspunkte-Variable von diesem Gegner lesen und die ist ja in dem drin und nicht in unserem Spielerobjekt und da könnte das zum Beispiel zum Einsatz kommen. Aber wir machen jetzt mal hier ein eigenes, sehr einfaches Beispiel, das wir jetzt auch praktisch sehen werden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Zuerst einmal, wir brauchen zwei Objekte, denn wir brauchen ja ein Objekt, das eine Variable beinhaltet und eins, das diese Variable lesen soll. Das heißt, ich erstelle hier mal ein neues Objekt, nenne dieses obj-variable und bevor wir es vergessen, wir platzieren dieses obj-variable direkt in unserem Raum, damit es dann beim Testen natürlich auch da ist. So, nun werden wir diesem obj-variable im Create-Event eine Variable geben. So, ich schreibe hier mal Variablen und diese Variable nenne ich einfach mal Zahl. So, Zahl hat den Wert 10. Und diese Zahl wollen wir jetzt in einer Textbox ausgeben, immer dann, wenn das key-press-space-event von obj-gml ausgeführt wird. Sprich, wenn wir die Leertaste drücken, soll unser obj-gml, das diese Variable ja gar nicht kennt, denn diese Variable ist eine Instanzvariable von obj-variable, allerdings soll obj-gml diese Variable immer dann in einer Textbox ausgeben, wenn die Space-Taste gedrückt wird. Das heißt, wir gehen in obj-gml rein, gehen auf Add-Event und dann auf key-pressed-space. So, hier mache ich mal den Titel Variablen-Adressierung und hier werden wir jetzt eine Show-Message-Funktion reinbauen und in dieser wollen wir ja Zahl ausgeben. Das heißt, wir würden jetzt denken, dass es reicht, wenn wir einfach schreiben Show-Message-Zahl. Das funktioniert allerdings nicht, denn, du wirst es hier gleich sehen, da kommt eine Fehlermeldung. Ich drücke jetzt einfach mal Space, dann wird Zahl ausgegeben und du siehst, hier steht, variable obj-gml.zahl not set before reading it, sprich, die Variable Zahl existiert nicht und wir wollen sie lesen, bevor sie überhaupt entstanden ist. Das geht also nicht. So, was wir jetzt allerdings machen müssen ist, wir wollen auf diese Zahl trotzdem zugreifen und wir wissen ja, die befindet sich im obj-variable, in diesem Objekt namens obj-variable. Das heißt, alles, was wir bei der Adressierung tun müssen, ist zu sagen, dieser Wert, diese Variable befindet sich in obj-variable und das machen wir einfach, indem wir Adressierung anwenden, indem wir schreiben obj-variable, Punkt und dann den Variable-Namen setzen. Das ist alles, was wir machen müssen und wenn ich das Ganze jetzt mal ausprobiere, dann sollte das auch funktionieren. Ich drücke Space und du siehst, es wird die 10 ausgegeben. Das ist im Grunde alles, was wir zu diesem Thema wissen müssen. Das ist die Variablen-Adressierung. Das ist ein ziemlich einfaches Thema, aber auch eine Sache, die wir wirklich sehr, sehr oft anwenden werden und dementsprechend wollte ich das Ganze am Ende auch nochmal erwähnen. Okay, das war es dann also mit diesem Crash-Kurs, mit diesem wirklich sehr theoretischen Crash-Kurs. Wie gesagt, geht es dann beim nächsten Mal weiter mit einer neuen Tutorial-Serie, in der wir dann alles in die Praxis bringen und ein erstes eigenes kleines Spiel zusammen entwickeln. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und die ganze Serie gefallen hat. Schreib uns doch am besten mal deine Meinung zu dieser ganzen Tutorial-Reihe in die Kommentare. Wird uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da ein paar Verbesserungsvorschläge kriegen würden oder ein bisschen Lob. Das ist ja auch immer sehr schön. Und ja, falls es dir gefallen hat, dann zeig uns das so. Gib uns einen Daumen nach oben, wenn du das noch weiterhin zeigen möchtest. Und falls du jetzt nie die neuen Videos verpassen möchtest, dann würden wir uns auch sehr über ein Abo freuen, denn so wächst dieser Kanal und du siehst immer die neuesten Videos in der Abo-Box. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.